Wie man Fleischknödel herstellt Sie wissen bereits, wie man Fleischbrötchen mit weicher Kruste, Schweinefleischfüllung und Wachteleiern zubereitet. Faszinierender Geschmack ab der ersten Kostprobe Ignorieren Sie die folgenden Anweisungen nicht, wenn Sie diesen köstlichen, nahrhaften Knödel direkt in Ihrer Küche erobern möchten. Fleischbrötchen sind ein toller Snack für jedermann, besonders auf nüchternen Magen. Die weiße Kruste, gemischt mit magerem Fleisch, Wachteleiern, Katzenpilzen, reich an Geschmack im Inneren, hat Knödel zu einem Lieblingsgericht vieler Menschen gemacht. Wenn Sie diesen Kuchen zu Hause machen möchten, worauf warten Sie noch, gehen wir in die Küche und machen Sie sofort asiatische und europäische Kuchen. Inhaltsverzeichnis 1. Bereiten Sie die Zutaten vor 2. Wie man zu Hause einfache Brötchen mit gedämpftem Schweinefleisch macht A. Kuchenteig zubereiten B. Fleischfüllung machen C. In den Kuchen D. Gedämpfte Brötchen 3. Anforderungen an das fertige Produkt 4. Einige wichtige Hinweise 1. Zutaten vorbereiten Kuchenkröste 300 g Mehl 30 g Zucker, Salz 10 g Hefe 150 ml gefiltertes Wasser Kuchenfüllung 250 g Mageres Fleisch 10 Wachtele je Pilze, Frühlingszwiebeln 2. Wie man gedünstete Fleischknödel macht, ganz einfach zu Hause A. Backpulver vorbereiten Hefe gemischt mit Zucker in ein 100 ml warmes Wasser geben, dann gut umrühren 1. Fügen Sie wasserlösliche Zutaten hinzu 2. Das vorbereitete Mehl in eine große Schüssel geben, dann den Zucker und das Salz untermischen 3. Verteilen Sie die Zutaten gleichmäßig 4. Die Hefe weiterhin langsam zum Mehl geben, etwas Wasser zu geben, dann den Teig mit den Händen mehrmals kneten, bis ein glatter Teig entsteht. 5. Wenn der Teig an Ihren Händen klebt, sollten Sie etwas mehr Mehl hinzufügen, aber vermeiden Sie es, zu viel Mehl hinzuzufügen, da der Teig trocken wird. 6. Nach dem Mischen die Teigschüssel mit einem feuchten Tuch abdecken, dann den Knödelteig ca. eine Stunde inkubieren, bis der Teig wieder aufquillt. 7. B-Fleisch machen Mageres Schweinefleisch kaufen, waschen, dann zerkleinern, Pilze und Frühlingszwiebeln in die Schüssel geben, gut mischen. 8. Marinieren Sie dann etwas mehr Gewürze, um den Geschmack zu erhalten. 9. Wachteleje, die in einem Topf gekocht und dann von der Schale geschält werden, können ganz bleiben oder halbiert werden. 10. Dann nehmen Sie die Kuchenmischung, um sich darauf vorzubereiten, die Wachteleje einzuwickeln. 11. Dann zum mundgerechten Bällchen rollen. 12. Zehen den Kuchen. 12. Entnehmen Sie den temperierten Knödelteig. 13. Dann noch ein paar Mal kneten, damit der Teig elastisch wird. 14. Teilen Sie den Teig in kleine, gleichmäßige Portionen. 15. Mit einem Nudelholz die Füllung in die Mitte geben. 16. Drücken Sie als nächstes die Ränder des Teigs zusammen und bilden Sie eine wellenförmige Form. 16. Degedämpfter Kuchen. 17. Nachdem Sie den Kuchen geformt haben, lassen Sie den Kuchen etwa 20 Minuten stehen, lassen Sie den Kuchen ruhen. 18. Als nächstes den Kuchen in den Dampfgarer geben. 18. Der Trick ist, du solltest mehr Essig unter das dampfende Wasser geben, damit die Kruste eine schöne weiße Farbe hat. 19. Dämpfen Sie den Kuchen, bis er gar ist, nehmen Sie ihn dann heraus, legen Sie ihn auf einen Teller und genießen Sie ihn sofort. 20. Erforderliches fertiges Produkt. 20. Mit diesem Rezept für mit Fadennudeln gefüllte Knödel erhalten Sie eine Menge köstlicher, reichhaltiger Kuchen, die Sie jederzeit essen können, ohne dass Langeweile aufkommt. 21. Die Kruste ist weich und schwammig, nicht gelb, das Fleisch ist attraktiv, scharf, und jeder, der es isst, wird sich für immer daran erinnern und es nie vergessen. 21. Einige wichtige Anmerkungen. 22. Was ist beim Kneten des Teigs zu knödeln zu beachten? 23. Wenn Sie einen teigigen Teig sehen, haben Sie zu viel Wasser hinzugefügt. 24. Um zu verhindern, dass der Teig matschig wird, sollten Sie nur langsam Wasser hinzufügen, den Teig gießen und kneten, bis Sie den gewünschten Teig erhalten. 25. Den Kuchen nicht zu lange inkubieren oder viel Backpulver, Backpulver während des Rührvorgangs verwenden, da der Kuchenteig sonst säuerlich riecht. 26. Soll ich das Mehl verwenden, um Knödel zu machen? 27. Die Hauptverwendung des Teigs besteht darin, den Teig schneller und gleichmäßiger gären zu lassen. 28. Sie können dieses Mehl also verwenden, wenn Sie Fleischknödel machen. 29. Die Mehlmenge muss jedoch sorgfältig an die Mehlmenge angepasst werden, wenn zu viel hinzugefügt wird, wird der Teig sauer. 29. Wann sollte man Knödel essen? 30. Womit isst man gut? 30. Knödel werden am leckersten genossen, wenn sie gerade aus der Küche genommen werden, denn zu dieser Zeit ist die Kruste sehr weich, die Füllung im Inneren heiß, äußerst attraktiv. 31. Wenn er zu lange draußen bleibt, wird die Kruste nass und platt, der Geschmack des Kuchens ist nicht mehr köstlich. 31. Vietnamesen haben oft die Angewohnheit, Knödel zu jeder beliebigen Zeit zu essen, zum Beispiel zum Frühstück, als Snack oder wenn sie hungrig sind. 32. Normalerweise muss der Kuchen nicht mit anderen Zutaten serviert werden, aber wenn sie scharfes Essen mögen, können sie ihn mit Chilisöße verwenden, um den Geschmack zu verstärken. 33. Wie man Knödel haltbar macht Wenn sie nicht alles essen können, können sie den Kuchen in den Kühlschrank stellen. 34. So hält sich der Kuchen etwa eine Woche. 35. Beim Essen müssen sie den Kuchen nur dämpfen. 36. Wenn sie den Kuchen in den Gefrierschrank stellen, ist er zwei Wochen haltbar. 36. Mit der Art, Knödel mit Fleisch zu machen, nicht zu pingelig oder kompliziert, haben sie ein köstliches, heißes gedämpftes Fleischbrötchen, um ihre Familie sofort zu verwöhnen. 37. Wenn sie Zeit haben, können sie weitere Möglichkeiten zur Herstellung von Knödeln lernen, das Rezept ist auch schnell und einfach. 38. Viel Erfolg beim Zubereiten dieses leckeren Kuchens zu Hause. 39. Für detailliertere Informationen zu Eurasian Bakery Teaching-Kursen hinterlassen Sie bitte Ihre Informationen in der Schaltfläche, registrieren wo oder gefällt mir unten, um kostenlose Beratungsunterstützung zu erhalten. 40. MC Donaills 40. zodiacar